Was ist der LR Live Takt Night Master? LR Live Takt Night Master behandelt das Thema Schlaf gewohnt ganzheitlich. Und ganzheitlich bedeutet, es geht sowohl um rasches Einschlafen, besseres Durchschlafen und um die Regenerationsfähigkeit von Körper und Geist während des Schlafs, sodass man erfrischt und erholt wieder aufwacht. Wir nennen es den sogenannten Triple-Effekt. Und der Triple-Effekt ist das Ergebnis der Mischung aus altbewährten Inhaltsstoffen und modernen Mikronährstoffen der Schlafforschung. Da haben wir zum Beispiel Hopfen und Safran, die traditionell bekannt sind. Sie dienen erstmal dem Runterkommen, dem Entspannen des Körpers. Dazu kommt noch Magnesium, was der Muskulatur hilft zu entspannen. Dann haben wir B-Vitamine, Aloe Vera, Zink, die vor allen Dingen die Regenerationsfähigkeit des Körpers unterstützen während des Schlafens. Und dann gibt es weitere Inhaltsstoffe, die den natürlichen Schlafrhythmus wiederherstellen können, der ja heute vielerlei Hinsicht auch unter Druck gerät. Das heißt, eine super Kombination von Inhaltsstoffen, die eben dem Einschlafen, dem Durchschlafen und der Regeneration dienen. Ich finde es eine hervorragende Zusammenstellung und eine sehr gute und vor allem natürliche Alternative zu herkömmlichen Schlafmitteln.